So, gestern war ja das Live-Event, wo der Vulkan ausgebrochen ist und Retail und Tilted zerstört wurden. Und alle Spieler konnten abstimmen, welche alte Waffe oder welches alte Item sie wieder im Spiel haben wollen. Und die meisten haben halt für das Trommelgewehr abgestimmt und es ist halt einfach viel zu stark. Also wenn man alleine gegen mehrere Leute spielt und die alle mit dem Trommelgewehr draufsprayen, dann kann man halt einfach nichts machen. Ja, keine Ahnung, finde ich jetzt nicht so nice, dass sie da ist. Sie ist halt einfach viel zu heftig, die Waffe. Auf jeden Fall werden wir gleich ein bisschen Duos spielen mit It's Asi TV. Können Sie was sagen? Was geht, Leute? Hier ist dann noch der neue Shop. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr rechts unten im Shop meinen Creator-Code eintragen würdet. Arielfn. Annehmen. Geht mega schnell. Und ja, falls ihr noch nicht abonniert habt, vergesst nicht zu abonnieren. Und ja, dann würde ich sagen, Los. So, erste Runde. Nachdem der Vulkan ausgebrochen ist, kommen wir in Tilted direkt. Oder was davon noch übrig geblieben ist. Ja. Boah, das Wetter ist auch voll dunkel geworden. Schau mal nach oben. Ja, ich weiß schon. Alter, das sieht sehr heftig aus. Das Gebäude, was die ganze Zeit gebaut wurde, das ist das einzig übrig geblieben. Ich hab nicht mal einen Kratzer. Nein! Der heißt Enjoy the Lobby. Ich hab so einen Headshot gedrückt. Enjoy the Lobby. Der oben ist noch genockt. Der wird safe revived. Der andere ist vorne auf S. Der ist in den Tunnel gegangen. Oh mein Gott, der ist hier! Ist der da? Ja! Warte. Da, er rennt weg, er rennt in Richtung, äh, hier lang. Hey! Hab ihn. Live! Oh nice. Hey, noch ein Team. Er auf 330. Oh, nee, Digga, noch einer. Hab einen. Oh mein Gott. Oh, du hast ihn. 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 Da ist noch ein Tomatenkopf. Oh, du hast ihn, Digga, noch eine Trommel-Gang. Hab ihn. Oh, nice. Oh, nice, jetzt Trommel-Gewehr. Geil, Alter. Wie findest du, dass die Waffe wieder da ist? Find ich gut, Digga, die ist viel zu stark. Ja, Mann. Lass zusammen auf den weißen Skin, auf den weißen Skin. Jo. Nice. Ey, jetzt kommt noch ein Team auf uns zu. Waffe ihn. Waffe ihn. Nice. Alter, alter, alter. Der hat mich auf. Der wirft alles, was im Spiel ist, alter. Junge, diese Waffe, alter. Oh, die ist wohl im Basis. Nice, hab ihn. Oh, hab den anderen auch noch. Oh, ich 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 hab den anderen auch noch. Hup in Ich hoffe ich darf es rein Hup in Nein Hup in Ja Halt die Hup da hin auf Oh mein Gott die sind weg Noch ein Der andere ist bei mir Der andere ist bei mir Warte hab ihn One shot Hab ihn Reiner Kuchen Der andere Ich mach neins los Ich baue ihn runter Oh wirklich Ich hab Gas galaten Oh ich wurde vergas Habe ein Oh diese Waffe Junge Leute Wir sollten langsam pushen Weil er bisher ein Mensch hat Beide Nice Ich brauche Jumper zu hoch Marketen? Ja 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 unten Du musst unten rennen Nein hier ist nicht Oh jetzt kommen noch mehr So Sehr was V Spaz Vor Was Du Ja Du 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 Ja Du Ach, das war jeder. Das ist so nervig. Wollen wir schon mal schneiden. Junge, geh doch aus dem Weg. Komm, guck nochmal raus, dann bist du tot. Hier, als Entschuldigung. Ich habe keine Pumpmonie mehr. Ich habe keine Pumpmonie mehr. Ich habe auch keine Pumpmonie. Scheiß drauf. Sag, wenn hinter mir einer kommt. Das musst du sagen. Einer kommt hinter dir. Einer kommt hinter dir. Ehrenloser Hup. Hätte ich nicht gehabt, wirklich. Was war denn mit dem los? Oder auch nicht. Was war mit dem los? Ey, noch zwei Gegner. Ich weiß nicht, ob das ein Du ist, oder? Ich glaube nicht, sonst wäre es ein Du mit ihm gegangen. Oh, nein. Oh, nein. Also hab kein Gift bekommen Easy Also das war's doch schon mit dem Video Ich hoffe euch hat's gefallen Falls ja könnt ihr gerne einen Daumen noch unterlassen Und fängst nicht zu abonnieren Um nichts mehr zu verpassen Creator Code Ariana will nicht vergessen Und ja bis zum nächsten Mal Ciao